Hallo zusammen, hier ist wieder heute Schala und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder einen kleinen Toy Guide. Wir wollen uns nämlich einen Toy hier in Bastion anschauen. Und dazu sind wir hier unten auf den Koordinaten 54, 88 und 82, so rum. Und dort oben haben wir eine Kiste und für diese Kiste müssen wir erstmal eine kleine Aufgabe erfüllen. Wir müssen nämlich auf zwei so Pfannen Früchte legen. Und diese Früchte, die müssen wir uns erstmal besorgen. Und zwar liegen die hier auf so einem Teller rum und die können wir einfach anklicken, können die dann rausnehmen. Wir kriegen sogar gleich zwei praktischerweise. Und dann müssen wir diese beiden Pfannen suchen. Und zwar haben wir eine Pfanne hier oben. Also wenn wir hier von dem Pavillon nach oben laufen, bei den Koordinaten hier unten 56, 82. Und das klicken wir einmal an. Und dann brauchen wir noch eine zweite Platte. Und zwar ist die hier drüben. Die leuchten auch so ein bisschen. Also man sieht die oder kann die schon ganz gut sehen. Hier. Jetzt ist da eine Kiste gespawnt. Und zwar sind wir hier bei den Koordinaten 54, 83. Äh, 54, 83, so rum. Genau. Die Kiste ist jetzt hier offen. Und da können wir jetzt hinlaufen und unser Spielzeug rausholen. Wir haben hier sogar so einen Pfad, der uns hinführt. Weil hier seht ihr, ist die, ist diese Kiste, beziehungsweise eine Schriftrolle in dem Fall. Schriftrolle der Eonen schimpft sich das Ding. Das können wir jetzt mal erlernen. Und schauen uns dann auch an, was das Ganze kann. Nimmt das Aussehen einer neu angekommenen Seele an. Ich mach mal hier die Drift-Gestalt weg. Dann gucken wir mal, was wir für ein Aussehen kriegen. Ah, wir sind einfach so astral. Okay, und das Ganze hält hier eine halbe Stunde an. Hat eine Stunde Abklingzeit. Ja, wer astral sein möchte, für den ist das, denke ich mal, eine ganz lustige Angelegenheit. Und ja, das war es dann eigentlich schon mit dem kleinen Toyguide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich damit ein bisschen weiterhelfen. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Euer Tela. Bis dann. Äh, ciao.